Wusstest du, dass Hanf seit über 10.000 Jahren angebaut wird? Richtig, das ist länger als jede andere Pflanze, die wir heute kennen. Hanf könnte Plastik für immer ersetzen. Ja, du hast richtig gehört. Aus Hanf lassen sich biologisch abbaubare Kunststoffe herstellen, die der Umwelt helfen. Hanf rettet den Boden. Diese Superpflanze schützt vor Erosion und verbessert die Bodenqualität, und das ganz ohne Chemie. Hanf hat mehr Einsatzmöglichkeiten, als du dir vorstellen kannst. Kleidung, Essen, Papier, Baumaterial, es gibt fast nichts, was Hanf nicht kann. Und jetzt der Hammer, Hanf absorbiert bis zu viermal mehr CO2 als Bäume. Hanf könnte einer unserer besten Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel sein. Wenn du mehr über Hanf erfahren möchtest, folge uns und bleib dran für weitere erstaunliche Fakten.